Wir wollen uns in diesem Video mit wichtigen Kenngrößen bei Energiespeichern beschäftigen. Das heißt also, welche Größen muss man berücksichtigen bei der Energiespeicherung? Das heißt also, ein paar Kennzahlen, die unabhängig von der Art der Batterie immer wieder auftreten. Das heißt also, was haben wir? Wir haben also unsere Batterie. Die erste Kenngröße ist die nominale Speicherkapazität. Im Englischen Nominal Storage Capacity. Das ist also die Energie, die unter normalen Betriebsbedingungen der Batterie entnommen werden kann. Das heißt also, die Energiemenge, die unter normalen Betriebsbedingungen, unter normalen oder typischen Betriebsbedingungen der Batterie entnommen werden kann. Oder des Energiespeichers. Man bezieht es normalerweise auf eine elektrochemische Batterie. Das lässt sich übertragen auch auf andere Energiespeicher. Also ist die Energiemenge, die unter normalen Betriebsbedingungen der Batterie entnommen werden kann. Das ist also der erste Punkt. Als zweites davon zu unterscheiden, ist dann die nutzbare Speicherkapazität. Nutzbare Speicherkapazität, die typischerweise etwas kleiner ist. Das heißt also, die nutzbare Speicherkapazität oder nutzbare Anteil der Nominalen ist begrenzt auf einen vordefinierten Ladezustandsbereich. Das heißt also, man kann tatsächlich den nominalen Bereich nicht vollständig ausschöpfen, weil es ansonsten zu einer, ebenfalls zu einer Zerstörung der Batterie kommt. Bei einer elektrochemischen Batterie, auch bei einem Pumpspeicherkraftwerk, kann man das obere Reservoir nicht vollständig entleeren. Das heißt also, die nutzbare Speicherkapazität ist tatsächlich nur der nutzbare Anteil der nominalen Speicherkapazität. Dann haben wir natürlich den Ladezustand unseres Energiespeichers. Ausladezustand, das ist im Englischen der State of Charge, mit SOC, also in Prozent angegeben, das Verhältnis der aktuellen Energie, die gespeichert ist, zur nominalen Kapazität. Das ist das Verhältnis der aktuell gespeicherten Energie, und zwar dann bezogen auf die nominale Kapazität. Kapazität angegeben, meistens in Prozent zwischen 0 und 1 oder 0 und 100%. Dann haben wir noch die Entladetiefe, im Englischen Depth of Discharge, weil die englischen Begriffe deswegen, weil die tatsächlich in der Literatur häufig angegeben werden. Die Entladetiefe ergibt quasi an, wie weit man eine Batterie maximal laden und entladen kann. Das heißt, das ist hier die Differenz zwischen dem minimalen und maximal erlaubten Ladezustand, zwischen dem minimalen und maximalen Ladezustand der Batterie. Das heißt, das gibt dann an, wie groß die Energie ist, die man an einer Batterie zuführen kann oder entnehmen kann. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist der Lebenszyklus. Lebenszyklus, im Englischen der Cycle Life, das ist also die Dauer, bis die Speicherkapazität einer Batterie auf 80% der ursprünglichen Kapazität gefallen ist. Das ist also der Lebenszyklus, im Englischen Cycle Life, das ist also die Anzahl von Ladezyklen, das heißt also das vollständige Ent- und Beladen eines Energiespeichers, bis die Kapazität auf und dann gibt man, das wäre typischerweise 80% der ursprünglichen Kapazität gefallen ist. Das ist also natürlich insbesondere interessant bei elektrochemischen Speichern, die einem Altrußprozess unterliegen. Das kennt man persönlich sicherlich vom Smartphone, das dann nach einer mehrjährigen Benutzung einfach nicht mehr die Speicherkapazität aufweist, die es als Neuprodukt hat. Das ist bei mechanischen Speichern unproblematisch. Ein Pumpspeicherkraftwerk lässt sich im Prinzip beliebig lange nutzen, sofern die technischen Komponenten natürlich regelmäßig gewartet werden. Daraus ergibt es natürlich eine Lebenserwartung des Energiespeichers, Lebenserwartung. Das ist im Englischen der Calendrical Life Expectancy. Calendrical Life Expectancy. Das ist also die Dauer in Jahren, das ist jetzt hier die Dauer in Jahren bis 80% der Kapazität erreicht wird. Das ist also typischerweise in einer Skala von Jahren anzugeben, ergibt sich einfach durch die Altrußprozesse einer Batterie. Und dann der letzte Punkt, der bei allen energetischen Systemen so rücksichtigen ist, die Energieeffizienz. Das heißt, was ist also der Wirkungsgrad bei der Speicherung? Und zwar sowohl das Beladen als auch das Entladen. Beide Prozesse müssen berücksichtigt werden. Und natürlich auch der Verlust der elektrischen Energie oder der gespeicherten Energie, wenn Energie gespeichert ist. Das heißt also, wir müssen natürlich hier auch berücksichtigen, dass wir hier auch noch eine Selbstentladung haben. Diese Kennzahlen hängen natürlich von der Art der Batterie ab. Das kann im Bereich von 39% liegen. Das wäre aber im Bereich von Power to X. Das ist ein sehr energieineffizienter Prozess. Um Energie nach jetzigem Stand in Gasen zu speichern, wird Energie mechanisch gespeichert, sind wir im Bereich von 80 bis über 90%. Und wir haben dann den Wirkungsgrad von modernen elektrochemischen Speichern, also Lithium-Ionen-Batterien. Da sind wir auch im Bereich von ungefähr 80 bis 85% unter Berücksichtigung aller Hilfskomponenten, die zum Einsatz kommen, um elektrische Energie in diesen Systemen zu speichern. Das heißt, diese Kenngrößen tauchen immer wieder auf in unterschiedlicher Art und Weise, hängen wie gesagt stark von der Art des Energiespeichers ab oder auch von den Subtypen der Energiespeicher. Wenn man jetzt bei den elektrochemischen Speichern von einer Säurebatterie ausgeht, die man aus dem Auto kennt, oder den Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die man hat, mit einem besseren Wirkungsgrad und einer deutlich besseren Entladetiefe, das heißt auch eine höhere Lebenszykluszahl, die man erreichen kann. Dennoch, darüber lassen sich dann die verschiedenen Energiespeicher bewerten aus technischer Sicht und daraus resultieren natürlich auch immer aus wirtschaftlicher Sicht, denn dann ein entscheidender Punkt, den man natürlich dann immer hat, ist, was sind die Kosten, die wir haben bei der Energiespeicherung. Und das ist dann der letzte Punkt, den wir hier noch aufführen wollen. Also das sind dann die Stromspeicherkosten. Das heißt also, was kostet die Kilowattstunde Energie, die man dann aus der Batterie nimmt. Das ist dann im Englischen, ist das die Levelized Costs of Storage. Das ist dann LCOS, Levelized Costs of Storage, die man vergleichen kann, um verschiedene Energiesysteme oder Speicher miteinander vergleichen zu können. Und das heißt, wie teuer ist das in Kosten für die Energie in Kilowattstunden oder halt entsprechender Energieeinheit, beziehungsweise dann in Euro pro Kilowattstunde, also Geldeinheiten. Auch da unterscheiden sich die Energiesysteme natürlich, was diese Levelized Costs of Storage angehen. Das unterscheiden sich auch die elektrochemischen Speicher. Da sind wir mittlerweile im zweistelligen Eurocent-Bereich pro Kilowattstunde. Bei großen Pumpspeicherkraftwerken muss man natürlich den ganzen Lebenszyklus berücksichtigen, die natürlich dann den ganzen Prozess und damit auch den Strom aus diesem System verteuern. Entsprechend lassen sich auch Energiespeicherkosten ermitteln für einen Wärmespeicher. Das heißt, wie groß ist die Energie, die wir aus einem Wärmespeicher ziehen, wie teuer ist diese Energie. Und wie lässt sich das vergleichen mit den direkten Bezugskosten von der Wärme aus einem Gasbrenner. Und wie lässt sich das Menschen soienden? Und wie lässt sich das nur auf dem Sand diese Organisation ς